Rassismus bedeutet, dass das Konstrukt, das dafür geschaffen wurde, Menschen zu spalten, und zwar in die, denen Privilegien zugestanden werden und die ausgebeutet werden, nach wie vor am Leben erhalten wird. Armut, Gerechtigkeit, Demokratie. Welche Meinungen zu wichtigen sozialen Themen hört man auf der Straße? Und wie sieht die Realität aus? Die Volkshilfe hört als soziale Organisation genauer zu. Volkshilfedirektor Erich Fenninger trifft dafür ExpertInnen zum Gespräch. Fakten checken, mit Vorurteilen aufräumen und die Politik fordern. Das ist Fenninger trifft. Diesmal zur Frage, was tun gegen Rassismus? Esther Maria Kürmeier, Antidiskriminierungsexpertin, Sozialarbeiterin, Lehrende und Mitbegründerin der schwarzen Frauen-Community. Willkommen bei Fenninger trifft. Ich freue mich sehr, dass Esther Maria Kürmeier heute bei mir ist. Und sie hat ja etwas gemeinsam. Unsere Erstprofession ist ja die der Sozialarbeit, wenn ich richtig informiert bin. Und das Besondere an ihr ist, dass sie eigentlich die schwarze Frauen-Community begründet hat. Mit dem Ziel, sondern überparteilich, überkonfessionell, überregional für schwarze Frauen in Wien etwas zu tun. Und sehr stark einfach Mithinberatung, Empowerment, Arbeit durchführt, Vorträge, Elternbildung vornimmt und auch Sensibilisierungs-Werkshops anbietet. Also wenn ich einiges vielleicht erfasst habe, aber wenn du mir ergänzen magst, glaube ich, es ist am Beginn ganz hilfreich. Ja, also erstens mal habe ich die schwarze Frauen-Community nicht alleine gegründet. Wir waren schon einige Frauen. Ich habe sie nur in den letzten 18 Jahren in diese Richtung aufgebaut, wie wir sie jetzt haben. Aber gegründet haben wir sie jetzt vor 20 Jahren. Mittlerweile fast 21 Jahren. Die Tätigkeitsfelder sind sehr gewachsen in dieser Zeit. Wir haben begonnen, in der Zeit, seit ich sie leite, mit einem Mädchenprojekt. Über dieses Mädchenprojekt sind dann die Mütter der Mädchen und weitestens in die Frauenberatung entstanden. Ein Jahr nach der Gründung des Mädchenprojekts, das auf Betreiben von Müttern, weißen Müttern, schwarzer Mädchen entstanden ist, die sehr dringlichen Bedarf gesehen haben, ihre Töchter in der österreichischen Gesellschaft zu stärken, weil die sehr, sehr schwere Identitätsfindungsprozesse durchgemacht haben. Ja, und ein Jahr danach standen die Mütter von Söhnen auf der Matte und haben gesagt, und was wirst du denn für unsere Söhne machen? Ja, damit war ich aufgerufen, unser Team, das bis dahin vor allem aus mir und ein paar Honorarkräften entbestanden hat, zu erweitern und männliche Mitarbeiter zu suchen. Und Gott sei Dank bin ich sehr, sehr bald fündig geworden und habe einen Sozialarbeiter, Pädagogen, einen Schaulintrainer, also ein sehr unterschiedliches Team an professionellen Männern für die Schwarze-Frauen-Community gefunden, die dann eben die Bubenarbeit übernommen haben und im Wesentlichen bis heute leiden. Ja, also dann darf ich sagen, großen Respekt vor deiner und eurer Tätigkeit. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, hier in Österreich zu arbeiten, aufgrund der Problemlagen, die wir kennen oder heute auch besprechen wollen. Und das, was sie durchziehen wird bei unserem Gespräch, dass wir in Österreich individuelle, aber durchaus systematisch strukturelle Diskriminierung erleben, erfahren auf den verschiedensten Ebenen. Und wir uns aber auch interessieren, werden im Gespräch, wie kann man das sozusagen auch überwinden? Ja, also wie müsste man handeln, dass diese strukturelle und individuelle rassistische Diskriminierung nicht stattfindet? Und ich würde vielleicht jetzt schon zur ersten Frage kommen. Also wir wollen ja immer mal zunächst Menschen hören, die wir auf der Straße interviewt haben. Und da hat uns interessiert, wie viel Prozent der Menschen, die in Wien leben und Steuern zahlen, eigentlich nicht oder nur eingeschränkt wählen dürfen. Was sagen die Leute dazu? Wie erleben sie das? Und wir hören einmal gemeinsam rein. Wie viel Prozent? Ich würde sagen, über 50 Prozent sicherer zahlen. War wenig. 60 Prozent? Gute Frage. 20 Prozent? 30 Prozent. Ja, also wir haben einige Kommentare gehört. Interessant, dass die Menschen, die wir da befragt haben, eigentlich relativ realistische Angaben machen. Wir erleben ja in Wien, dass 33,4 Prozent der Menschen, die hier leben, nicht berechtigt sind zu wählen. Und in manchen Sprengeln sind es beinahe 50 Prozent. Das heißt, wir leben in Städten, wo so viele Menschen eigentlich strukturell, wo man die Demokratie auch als Struktur begreift, verhindert werden, behindert werden zu wählen, wählen zu gehen, aufgrund der nicht vorhandenen Staatsbürgerschaft oder nur EU-Bürgerinnen, die dann wählen dürfen. Das ist dramatisch, wenn wir gemeinsam leben, aber nicht gemeinsam mitentscheiden. Und da würde mich interessieren, was ist deine Erfahrung und wie wirkungsmächtig eigentlich nicht du diesen Ausschluss siehst? Ich sehe das als ein extremes Gefahrenpotenzial, wenn wir als Ziel haben, dass die Menschen, die hier leben, am Aufbau und der Mitgestaltung der Gesellschaft mitpartizipieren sollen. Und insofern ist es das Gegenteil von dem, was wir in einer diversen Gesellschaft wollen, nämlich mündige Bürgerinnen, die mitgestalten, mit Verantwortung tragen, was sich natürlich sowohl auf struktureller wie auch auf individueller Ebene auswirkt. Wie wir alle, da brauchen wir gar nicht weit zu den anderen gehen, die wir nicht kennen, brauchen wir nur bei uns selber schauen, wie fühlen wir uns, wenn wir wo ausgeschlossen sind von Partizipation, wie groß ist unser Engagement für die gemeinsame Sache? Also mir fällt da die Leitkulturdebatte ein. Ich finde es so extrem, dass man wirklich glaubt, man muss die Menschen einladen, irgendwelchen Leitkulturgedanken nachzugehen, Meipaum, Kraxel oder andere Dinge oder Volksmusik oder so ein Wahnsinn. Und gleichzeitig schließt man kategorisch aus, weil ich glaube, das eine Phänomen ist ja, dass Menschen, die sozioökonomisch schlechtgestellt sind, die wenig verdienen, extrem viele dabei sind, die nicht wählen gehen, währenddessen die gut verdienenden wählen gehen. Und das Zweite ist ja dann, dass die Menschen so zugenommen haben, die aufgrund der Staatsbürgerschaft, die sie nicht haben, nicht wählen können. Und wenn man es dann anschaut von Berufsgruppen, da gibt es ja jetzt eine aktuelle Forschung von diesem Demokratieparameter, also dass zum Beispiel Reinigungskräfte bei fast 90 Prozent nicht teilnehmen können oder auch ähnlich, ich glaube, bei 70 Prozent Menschen, die am Bau arbeiten. Also das ist brutal, dass die eigentlich in Wahrheit, also wenn ich versuche, die Innenansicht zu nehmen von der Position, ich habe eine andere Dauer wegen gehen, dann würde ich einfach in keinster Weise sagen, als gleichberechtigt, gleichwertig in dieser Gesellschaft empfinden, wo ich eigentlich auch lebe. Natürlich sind die Menschen ja nicht, aus vielerlei Hinsicht sind sie das nicht. Wir wollen aber in der Regel, dass die Menschen gleichermaßen Verantwortung tragen. Und das geht sich nicht aus. Sie sollen sozusagen Werte teilen, sie sollen kulturelle Normen anerkennen, aber sie können nicht mitbestimmen. Das ist ein Widerspruch. Siehst du das auch so? Es ist konstant der Appell, dass die Neuen, die hinzukommen, sich gefälligst integrieren sollen, aber gleichzeitig handeln diejenigen, die diesen Appell richten, so, dass sie es gleichzeitig ausschließen dabei, oder? Ist das nicht ein unglaublicher Druck, wo man überhaupt nicht gerecht werden kann, weil wenn man auf der Anzeige integriert sei und gleichzeitig verhindert man es, die Integration, dann ist es ja für das Subjekt, das ausgeschlossen wird, hat überhaupt keine Handlungsmöglichkeit. Ja, also die Wahl ist nur einer von vielen Parametern, die von einer Teilhabe ausschließen. Strukturelle Diskriminierung findet auf allen Ebenen des Menschseins statt. Und die Summe all dieser Ausschlussmechanismen führt natürlich dazu, dass Menschen tendenziell nicht viel Möglichkeit sehen, dazu zu gehören und eine Parallelkultur entwickeln und Parallelgesellschaften leben, weil sie ja nirgends anders dazugehören können. Und das sehe ich als sehr gefährlich. Also vielleicht gehen wir da tief in das Thema rein, weil natürlich uns interessiert, und das beschäftigt uns auch, ob es persönliche Erfahrungen gibt, in einer individuellen Natur, also wo Menschen sich diskriminiert fühlen. Gibt es da Erfahrungen, das haben wir die Leute auf der Straße gefragt, oder vielleicht auch eingeladen, ob sie jemanden kennen, der rassistisch diskriminiert wird, vielleicht einmal zunächst auf einer persönlichen Ebene, und da hören wir mal rein. Ja, passiert uns sehr oft auf der Straße von irgendwelchen Leuten, die wir nicht kennen, die sagen, geht zurück in euer Land und so. Wir waren mal Flüchtlinge, wir sind auch geflüchtet hierher, und immer noch leiden wir nach zehn Jahren von Rassisten. Also halt, das ist man immer so rassistisch, vielleicht von der Aussprache, von dem Akzent, wie es ausschaut und so weiter. Das ist viel zu viel, ja, muss ich sagen, das ist wirklich viel zu viel. Schwierig zu sagen, da ich nicht von Rassismus betroffen bin tatsächlich. Ich glaube, es wird immer schlimmer für Menschen, die nicht weiß und privilegiert sind, und die werden immer mehr zurückgedrängt. Was ich stark erlebt habe, ich habe in einem jüdischen Fußballverein gespielt mit dem Akabi Wien, also ich habe Antisemitismus sehr stark erleben müssen, vor allem viele jüdische Mitspieler von mir haben Antisemitismus sehr stark erlebt. Also ich persönlich eher weniger, aber viele Erzählungen mitbekommen, viele Erlebnisse mitbekommen, und dementsprechend noch sehr viele Sorgen, Ängste, Wut bei den Menschen, die das erleben mussten. Da kriegt man nicht so eine gleiche Wohnung. Die kommen halt, die Wohnung zu besuchen, und die erste Frage ist, ob er eingestellt ist, ob er arbeitet, und wo er kommt. Aber indirekt halt, ja, also, was für Dokumente du hast und so weiter, aber in Österreich ist das immer frei orientiert halt. Ja, ich glaube, allein das ist ja schon brutal, wenn Menschen ja von sich aus sagen, ich bin schon zehn Jahre da, und ich höre das immer wieder, dass ich eigentlich nicht dazugehöre, oder? Also ich hätte herausgehört. Die erleben permanente Abwertung, also sie können selbst machen fast, was sie wollen. Wenn eine Klangfarbe ist in der Aussprache oder eine andere Hautfarbe ist, wird ihnen immer vermittelt und das zuhauf, auch statistisch betrachtet, wenn man Zara anschaut, 1300, glaube ich, sind es im letzten Jahr gewesen an Übergriffen, die immer nur überhaupt Zara reichen. Es sind ja viel, viel mehr. Und mich nicht interessieren auch auf der persönlichen Ebene, welche Erfahrungen hast du, was sagen dir die Menschen, die das erfahren, was das bedeutet in ihrem Leben? Rassismus bedeutet, dass das Konstrukt, das dafür geschaffen wurde, Menschen zu spalten, und zwar in die, denen Privilegien zugestanden werden und in die, die ausgebeutet werden, nach wie vor am Leben erhalten wird. Und dieses Konstrukt wird praktisch von allen Strukturen aufrechterhalten. Der wesentlichste Schritt wäre meiner Ansicht nach eine kritische Selbstreflexion aller Organisationen, um diese strukturellen Rassismen aufzuspüren. Das machen nur sehr wenige. Und das bedeutet wiederum, dass sichtbare Minderheiten, in ihrem Alltag auf allen menschlichen Ebenen mit Aggression und Mikroaggression zu tun haben. Insofern sind die Zahlen von Zara nur ein winziger Bruchteil von dem, was tatsächlich passiert. Weil wenn alle Opfer von Diskriminierung jegliche Mikroaggression anzeigen würden, würden das Borghäuser füllen. Aber da die Menschen auch noch etwas anderes zu tun haben, tun sie das nicht. Und leben damit, aber brauchen natürlich dafür sehr viel Energie, um das zu verarbeiten. Ja, das ist auch mein Eindruck, auch aus dem sozialarbeiterischen Kontext, aber auch aus dem privaten Kontext. Und die Anzahl der Menschen, die das betrifft, ist ungeheuer. Und die Wirkung wahrscheinlich in der Konzentration des Menschen ist dramatisch. Ja. Es ist natürlich auch etwas, was bei der Aufrechterhaltung dieses Konstrukts Rassismus, das prinzipiell dienen sollte und dem auch gedient hat, der wirtschaftlichen Ausbeutung der Länder des Südens. Und dazu musste man eine Abwertungsstruktur erschaffen, sodass eben auch eine moralische Ökonomie dahinterstehen kann, auch mit allem, was man sonst an ethischen Werten selber für sich beansprucht. Und wenn wir das bis in unsere Zeit aufrechterhalten wollen als Gesellschaft und nicht aktiv an der Auflösung dieser Struktur arbeiten, bedeutet das, dass wir einem Teil unserer Gesellschaft und keinem sehr unerheblichen Teil, würde ich jetzt mal sagen, viel Kraft abziehen, die ansonsten in die Gestaltung der Gesellschaft fließen würde. Es geht auch um sehr viel Gesundheit, die da der Gesellschaft nicht zur Verfügung gestellt werden kann, weil Rassismus schlichtweg krank macht. Und Menschen sehr viele Ressourcen brauchen, um diese Struktur gesund zu überleben. Und all diese Energie könnte eine moderne Gesellschaft wahrlich besser nutzen. Also ich finde spannend, was du sagst, weil das eine, wo du sagst, die Ausbeutung letztlich hat man legitimiert, letztlich mit dem Rassenkonstrukt und mit dem Rassismus, um sich recht zu fertigen, dass uns das zusteht, der Weißen auf der Welt, Europa, Amerika etc. Ich glaube, das ist das eine, das ja bis heute, glaube ich, zugegen ist, das man auch dokumentieren kann. Und das Zweite ist natürlich für die Menschen, die es dann direkt, unmittelbar, individuell, aber meistens strukturell trifft, diese extreme Auswirkung, wie du es benennst, auf die Gesundheit des Menschen. Ja, das ist etwas, was wir mitbedenken dürfen, bei allem, was wir uns für eine österreichische gesunde Gesellschaft wünschen, das sozusagen verhindert wird in so einer mentalen Starre des Aufrechterhaltens von einem Status Quo, der im Grunde genommen nie Gleichwertigkeit als Ziel hatte, sondern das Gegenteil davon. Und wir sehen das in allen Museen, in allen Strukturen, die wir uns ein bisschen tiefer ansehen, wie die Betrachtung schwarzer Menschen zum Beispiel ab diesem Zeitpunkt, in dem Kolonialismus begonnen hat, eine Rolle zu spielen und ein Ziel war, wie schwarze Menschen plötzlich dargestellt wurden, wie Menschen in der Wissenschaft dargestellt wurden, wie Menschen in ihren eigenen Länderkontexten dargestellt wurden. Und das hat natürlich alles das gleiche Ziel gehabt, nämlich, dass man diese grausamen Tätigkeiten, die man zugunsten wirtschaftlicher Bereicherung durchgeführt hat, vor sich selber rechtfertigen konnte. Wie das in jedem System auch heute noch passiert, bevor Menschen in unfassbarer Grausamkeit behandelt werden, müssen wir wohl als Menschen etwas tun, um uns selber zu sagen, bei denen ist das nicht so schlimm, nur bei jemandem wie uns wäre es schlimm. Ja, also die Grausamkeit in fern und nah und das, was du gesagt hast, also wir wissen aus der Armutsforschung und der Auseinandersetzung auch empirisch, dass Armut krank macht und das bedeutet chronische Erkrankungen schon von frühen Kindesbeinen an bis zum Lebensende. Wir wissen, dass die Menschen neun Jahre meistens kürzer leben als nicht arme Menschen. Und auch Rassismus macht krank aus dem Aspekt, welches Leid sozusagen auch psychisch erlitten werden muss, das natürlich sehr insgesamt auf die Gesundheit auswirkt. Aber ich glaube, wir müssen weitergehen. Und die letzte Frage war eher, hat man Erfahrung mit individueller Diskriminierung, rassistischer Diskriminierung? Und jetzt wollten wir wissen, ob die Menschen, die wir interviewt haben, auch diese systematische, strukturelle Diskriminierung, die rassistische Diskriminierung identifizieren, ob sie es sehen oder nicht sehen. Und ich bin gespannt, was die Leute sagen. Ich möchte noch eine Sache dazufügen. Rassismus kann krank machen. Es bedeutet nicht, dass alle Menschen davon krank werden, aber es bedeutet, dass es, um gesund zu bleiben, einen unglaublichen Mehraufwand braucht. Ja, es ist überhaupt der ganze Zugang zum Arbeitsmarkt extrem beschränkt. Also egal, wie lange man da ist und ob man arbeiten will, es wird einfach unmöglich gemacht. Und dann wird sich aber darüber beschwert, dass am Donaukanal von Menschen, die zum Beispiel keinen Zugang auf den Arbeitsplatz haben, Bier verkauft wird aus einem Rucksack raus, was an der Steuer vorbeigeht und so weiter. Was auf jeden Fall, glaube ich, dazu nennen wäre, ist es mal prinzipiell ein sehr schwerer Zugang überhaupt zur Staatsbürgerschaft in Österreich. Der ist ja enorm. Also überhaupt die Staatsbürgerschaft erlangen zu können, ist ja mal extrem schwierig und absurd, wie das eigentlich geregelt ist. Sehr viele junge Menschen oder Menschen, die hierher geflüchtet sind, eigentlich de facto keine Chance haben, die Staatsbürgerschaft bekommen zu können oder auch die, die geboren wurden, hier leben und einfach keinen Zugang haben. Das würde ich mal ganz stark als Diskriminierung sehen, als Ausgrenzung sehen. Ja, das ist spannend. Starke Betonung auf dem Arbeitsmarkt. Wir wissen ja, wenn Menschen zu uns kommen, schutzbedürftig sind, dass sie eigentlich einen Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt bekommen. Gleichzeitig sagen diejenigen, die ihnen das verwehren, dass die Menschen schuld wären und zu faul wären zu arbeiten und wollen sie dann in freiwillige Arbeit schicken. Die ganzen Deutschförderungen sind einfach definitiv nicht so gegeben. Kürzung bei der Sozialhilfe, bei Zuwanderung muss man gewisse Höhe eines Einkommens überhaupt erreichen, damit man auch irgendwelche Ansprüche hat. Und natürlich auch das Racial Profiling, das auch in der Polizei zugegen ist. Wie würdest du das von deiner Tätigkeit her, von den Erfahrungen beschreiben, diese systematische Ausschließung? Welche Bereiche erscheinen dir besonders ausschließend und institutionell rassistisch? Es sind alle Bereiche institutionell rassistisch. Und ich möchte da gar nicht einen herauspicken als den Schlechten und den anderen als den Guten. Es gibt im Gesamten, in allen Strukturen begonnen, sobald die Leute aus ihren eigenen vier Wänden rausgehen, begegnen ihnen diese Strukturen. Und es ist völlig egal, ob sie nun auf der Straße mit Mikroaggression zu tun haben, ob sie im Supermarkt von einer Verkäuferin verfolgt werden, weil man denkt, sie würden etwas stehlen, ob sie in Bildungsinstitutionen erleben, dass ihre Kinder diskriminiert werden, ob sie in medizinischen Bereichen, in der sozialen Arbeit, also da brauchen wir uns nicht auszunehmen, auch dort findet sehr, sehr viel Diskriminierung statt, von Klientinnen. Ja, es ist in allen Strukturen, es ist etwas, was alle Strukturen durchwandert hat. Wir alle sind rassistisch erzogen worden, weil das Bildungssystem uns genau diese Werte vermittelt hat. Diese Bilder gilt es zu dekonstruieren und deswegen sind sie in allen Strukturen drinnen. Und nur dort, wo aktiv bis jetzt etwas dagegen gemacht wurde, ist es aufgeweicht. Und sonst ist es überall da. Also passt eigentlich aus deiner Sicht, das, was mir einfällt, das Bild von Bordieu, der auf der einen Seite gesagt ist, die Menschen leben natürlich auf dem Spielfeld, auf dem Feld, auf dem sozialen Feld, wo wir uns für wägen, aber das ist eigentlich ein Raum, in den wir Menschen verorten können, aufgrund ihrer Kapitalausstattung oder Behinderung eines zu kriegen, dass die Menschen in Österreich mit anderer Hautfarbe hierarchisch in allen Bereichen, aller Institutionen benachteiligt und abgewertet werden und eigentlich die tägliche Erfahrung das widerspiegelt. Ja, es ist, die Ausnahme ist das Besondere. Es ist nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass das irgendwo nicht so ist, sondern es ist eher das Besondere, wenn es irgendwo nicht so ist. Ja, also es gibt natürlich fantastische Bildungseinrichtungen, wo das nicht stattfindet, wo keine Diskriminierung stattfindet. Es gibt fantastische Ämter, bei denen das nicht stattfindet. Es gibt wunderbare Nachbarschaften, Wohnungsvermieter, aber auch natürlich gibt es wunderbare Polizisten und Polizistinnen, die einen Horizont haben, der über Diskriminierung hinausgeht. Aber die Norm ist das nicht, in keinem Bereich, auch nicht eben bei Sozialarbeiterinnen, wo es sehr oft meiner Ansicht nach am härtesten trifft, weil die Menschen, die dorthin kommen und Schutz erwarten und dann mit Diskriminierung und Rassismus zu tun haben, besonders vulnerabel sind. Also ich würde das auch total unterstützen, weil das ist sozusagen der Ort, vielleicht der letzte Ort, den man dann aufsucht und sie erwartet, okay, trotz Scham, trotz meiner eigenen Ängste, ich suche jetzt die Sozialarbeit auf und eigentlich würde man erwarten, dass dort der Schutzraum ist und wenn der plötzlich auch zum Abwertungsort wird, dann ist es natürlich brutal, weil wo kann ich dann noch hingehen? Und ich muss vielleicht zur nächsten Frage übergehen. Also da hat es uns interessiert, wie Rassismus letztlich auf unsere gesamte Gesellschaft wirkt und auf einen möglichen sozialen Frieden. Weil so als Vorbemerkung ist halt schon, wenn man das alles jetzt so im Diskurs und von der Beschreibung von dir in aller Klarheit sieht, ist es einfach ganz schwierig, sozusagen zu einem sozialen Frieden zu kommen. Also warum auch? Also wenn nicht permanent abgewertet werden in allen Lebensbereichen, durch alle Institutionen, dann ist es schon brutal, aus dieser Position ein Leben zu führen und da hat uns eigentlich in dem Zusammenhang interessiert, wie die Menschen darüber denken und hören wir wieder rein und diskutieren wir dann darüber. Es sorgt einfach, dass unser Land extrem gespalten wird. Jetzt nicht nur zwischen links und rechts, sondern zwischen sozialen Schichten, zwischen Herkünften, zwischen sozialer Herkunft, zwischen wen man liebt, wo immer her man kommt und wen man glaubt, etc. Schwer Frage. Es geht immer, wir stärken jetzt nicht rauf, sondern nur immer runter und runter und runter. Also egal jetzt in der Politik, Gesellschaft, was immer noch ist, das stärkt wirklich nicht auf. Da wird nicht mal geschaut, wie die Menschen, was sie machen, was sie brauchen. Österreicherinnen haben Angst um einen Arbeitsplatz und die mehr rechteren Menschen werden immer lauter und fühlen sich an ihrer Meinung sicherer und mehr und werden, glaube ich, auch immer mehr und so werden die Menschen, die sowieso schon benachteiligt sind, nur mehr zurückgedrängt. Ich glaube, das ist generell ein Problem von Österreich, dass da einfach viel zu oft weggeschaut wird. Ich glaube, in Österreich ist das schon so stark vernachlässigt worden, die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte, dass eigentlich die meisten sich da schon mal mit abgefunden haben, kommt mir oft vor. Die Frage ist halt nur, wie wichtig ist es den PolitikerInnen, dagegen was auch zu tun oder profitieren sie nicht sogar davon? Das ist die Frage. Wir haben ja da schon begonnen, irgendwie noch mal vertiefen das Gespräch. Also wenn das gelebte Leben ununterbrochen durchdrungen wird durch die Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, Abstammung und so weiter, ich das Gefühl kriege, nie dazu zu gehören, wir haben es ja ganz am Beginn bei den ersten Fragen, auch gehört, dann ist die Frage, wie kann man überhaupt umgehen gegen diese extreme Wirkungsmacht? So eine soziale Praxis zu finden, sie zu widersetzen oder auch aufzulösen. Es erscheint sehr schwer, die Positionen, in denen sie Menschen befinden, die diskriminiert werden. Was für Wege fallen dir da ein? Mir ist als erster Weg und der nächste Weg ist immer durch Workshops, durch Reflexionsprozesse in den eigenen Strukturen, in den eigenen Reihen, die Bilder aufzubrechen. Weil der Friede entsteht, indem wir einander den Wert und den Menschenwert nicht absprechen. Das ist die Basis für Frieden. Wir müssen nicht einer Meinung sein, wir müssen auch nicht an das Gleiche glauben. Wir müssen nur einander den Menschenwert anerkennen. Dann können wir in Frieden leben. Und du machst ja viele Workshops, so wie du es siehst, in der ganzen Biografie. Du hast ja viele Menschen wahrscheinlich begleitet in diesen Sensibilisierungsworkshops. Also die erste Geschichte ist ja, dass ich denke, diese Übernahme von Normen, wie aus der Psychoanalyse, ist ja wirkungsmächtig. Dieses Über-Ich ist ja nicht nur im Subjekt selbst, sondern die Gesellschaft hat ein Über-Ich. Und wenn die Gesellschaft historisch gewachsen, ein Über-Ich entwickelt hat, das aus Diskriminierung, Abwertung besteht, ist es natürlich schwierig. Was hat deine Erfahrung im Durchkommen von der Wirksamkeit in den Sensibilisierungsworkshops? Die sind gut. Die sind sogar sehr gut. Weil am Ende des Tages sind ja alle Menschen. Und wenn wir es schaffen, als Trainerinnen eine Beziehung herzustellen zu Menschen, die sie spüren lässt, was es alles an Handlungsspielräumen gibt, die wünschenswerte Gesellschaftsstrukturen kreieren, entsteht eine Sehnsucht danach, das zu tun und daran mitzuwirken. Ich mache jetzt die meisten Trainings nicht selber, die machen fast alle meine Kolleginnen. Wir haben einen Trainerinnen-Pool. Aber ich habe schon sehr viele gemacht in den letzten Jahrzehnten. Und meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen berührbar sind. Es geht mehr darum, dass es mehr Institutionen braucht, die sich und ihren Mitarbeiterinnen das verpflichtend verschreiben. Bisher tut das meiner Ansicht nach oder meines Wissens nach nur die Exekutive, sonst niemand. Okay, das heißt eigentlich, in dem Bereich gibt es eine Entwicklung, wahrscheinlich auch aufgrund der Notwendigkeit und des Drucks, der gegeben ist. Aber ich finde es spannend, dass eigentlich du siehst, das sind die Einzigen, die jetzt begonnen haben vielleicht, aber die anderen Institutionen nicht, was ihr darauf weist, womöglich, uns trifft es eh nicht, wir sind ja gar nicht so strukturell rassistisch. Und die Wahrheit schaut anders aus, oder? Ist das der Befund? Ja, das ist der Befund. Es ist am gefährlichsten und am schwierigsten, etwas aufzubrechen, dort, wo die Menschen der Ansicht sind, sie haben sowieso keine Rassismen. Weil wir haben sie alle. Wir alle sind rassistisch strukturiert aufgewachsen. Wir haben diese Bilder vermittelt bekommen, wir können sie nur bewusst auflösen. Wir können nicht hinschauen und sagen, wir haben es nicht. Dann bleiben sie wirksam. Das finde ich spannend, auch in meiner Organisationen haben wir natürlich Diskurse, so lange wie können wir Diskriminierung vermeiden, wo fängt das an. Aber ich glaube auch, dass du da recht hast und dass der Forscher die soziale Arbeit auch benannt, also nicht als Täter grundsätzlich, aber es darf dort schon gar nicht das drinnen stecken und es steckt manchmal drinnen. Das ist dokumentierbar und das führt uns eh schon zur letzten Frage. Was kann man tun? Was wünschen wir uns von der Politik? Was können wir selbst tun? Welche Ansätze werden wichtig? Und wir hören zunächst Vorschläge von Menschen auf der Straße und dann werden wir auch vielleicht ein paar dazugeben. Richtig Politik? Ich würde sagen, dass sie alle zusammensitzen und bevor sie schauen, wer gewinnt und wer das macht hat, sondern schaut nur, was die Menschen gerade brauchen. Vielleicht gibt man so ein bisschen eine Chance für die jugendlichen Leute. Die haben mehr Ideen. Da muss man sich halt als Staat überlegen, wie kann ich Menschen unterstützen oder wie kann ich einem einen Zugang gewähren. Naja, man sollte sich immer überlegen, ob man selbst so behandelt werden möchte, wie man andere Menschen behandelt. Das wäre irgendwie wünschenswert, dass man sich das überlegt, bevor man was tut. Man sollte auch jeden respektieren, egal wo er herkommt. Egal, ob man weiße Hautfarbe hat oder schwarze. Mensch ist Mensch. Persönlich, was würde ich verändern? Ich glaube, die Umverteilung ist ein sehr großes Thema. Also einfach, wie viel Geld der Staat investiert und worin, wo die Prioritäten liegen. Also vor allem die Menschen, die einfach in unserem Sozialsystem, in unserer Gesellschaft einfach zu kurz kommen. Also Menschen mit Migrationsbiografie, Menschen, People of Color, alle möglichen Menschen, die einfach halt in der Politik, auch in der Gesellschaft unterrepräsentiert sind. Den Menschen, ich würde in mehreren Punkten ansetzen, ich würde sehr, sehr viel daran arbeiten, Präventivarbeit zu leisten, an den Schulen im Bildungssystem ansetzen. Ich würde dabei ansetzen, dass alle möglichen Formen von Diskriminierung aufgearbeitet werden in Österreich, an den Schulen, in der Arbeitswelt etc. Und dadurch versuchen, den Wandel hinzubekommen in unserer Gesellschaft. Ja, ich glaube, die letzte Aussage, Aufarbeitung, passt zu deiner Aussage nämlich einerseits institutionell, es steckt überall drinnen, es ist, man ist es nicht bewusst, also Bildung, Zurückschauen, Aufklärung, eigene Selbstreflexion, um besser zu entscheiden. Was wäre dir ein Wunsch an die Politik oder auch an die Institutionen, um hier weiterzukommen? Weil wir erleben ja eher nicht das Weiterkommen, sondern zurückgedrängt werden. Ja, also ich denke, in der Politik, gilt es schon den Parteien, die der Demokratie sich verpflichtet fühlen, ihren Anteil an antidiskriminatorischer Arbeit zu leisten in der Praxis. Und dasselbe gilt natürlich für Institutionen. Und Reflexion funktioniert eben in diesen Bereichen nicht nur ich alleine zu Hause lese ein gutes Buch und danach weiß ich alles. Also es braucht schon geleitete Reflexionsprozesse, weil die blinden Flecken weiß man selber am besten auszublenden. Und insofern kann ich auch nur allen Institutionen empfehlen, sich diese Mühe zu machen. Also wir haben jetzt vorhin in drei Wochen, glaube ich, am BM Köst zum Beispiel einen Workshop und das ist dort schon der zweite. Also es gibt natürlich auch diese Möglichkeit, sich als Institution dieser Fragestellung ernsthaft zu widmen und die eigene Täterinnenrolle als solche zu sehen. Weil wenn wir etwas nicht dekonstruieren, sind wir Täterinnen. Ob wir das wollen oder nicht. Und wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken und die Gefährdung eines demokratischen Staates letztlich auch sehen, durch politische Strömungen, können wir durchaus aus der Geschichte lernen, dass selbst diejenigen, die erst mal denken, sie haben daraus Vorteile in der Praxis, in einer Struktur der Unterdrückung, ebenfalls gefangen und unterdrückt sind. Da gibt es nichts zu gewinnen. Es gibt keinen Schutz in einer antidemokratischen Struktur für niemanden. Da herrscht die Angst für alle und das haben wir hoffentlich aus der Geschichte nicht ganz vergessen. Aber ich denke, also du sagst schon, an dem Bewusstsein oder sich bewusst machen, wie viel rassistischer Tradition Geschichte in mir als Subjekt ist, in meiner Partei, in dem Fall drinnen steckt, dass das eine Bewegung ist und das andere ist, dass es mir erscheint, wenn man die Parteien so durchgeht, ist ja vollkommen eine Unterrepräsentation von People of Color, oder? Das ist ja, glaube ich, die andere Bewegung, dass das so nicht geht. Wahrscheinlich, indem die Parteien, die auch selbst jene, die vorgeben, hier eh antirassistisch zu sein, trotzdem ausschließende Prinzipien, Mechanismen haben, müssen, weil sonst wären die People of Color mehr vertreten in den Parteien. Meiner Ansicht nach sind die Parteien ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Institutionen per se. Es sind schwarze Menschen, People of Color, in allen Institutionen unterrepräsentiert, wenn es um qualitativ hochwertige Positionen geht. In allen. Auch in der sozialen Arbeit. Also am Schluss würde mich interessieren, neben den Themen, die du als mögliche Lösungen ansiehst, wie siehst du die soziale Praxis? Weil ich denke, das Bewusstsein entsteht ja nicht nur eben aus der Vernunft, Buchlesen und aus der Theorie, sondern aus der sozialen Praxis. Und vor allem die soziale Praxis kann ja ein anderes Bewusstsein wieder machen. Und deshalb ist uns als Volkshilfe das Engagement der Zivilgesellschaft wichtig und dort beispielsweise Black Voices und so weiter zusammenzuarbeiten, mit beizutragen, sozusagen in Bündnissen und auch im öffentlichen Raum eine noch Butler-Verkörperung zu schaffen und neue soziale Praktiken entwickeln, wo wir gemeinsam an Zählen arbeiten. Also das erscheint mir auch eine Methode, die wirksam sein könnte. Einerseits, wir eine neue soziale Praxis generieren und diejenigen, die nicht aus der schwarzen Community sind, also wir lernen ja auch durch die neue gemeinsame soziale Praxis. Ist das auch ein Element, das du bedeutsam findest? Selbstverständlich, selbstverständlich. Ist ein Miteinander in jedem Fall der fruchtbarste Weg zu gegenseitigem Lernen. Nur ist das Miteinander manches Mal, und da habe ich eben durchaus auch Erfahrungsberichte gehört von Frauen, eines, das sehr auf ihre Kosten geht, weil das Miteinander oftmals bedeutet, es wird jetzt eine schwarze Frau eingestellt, die wird dann von den anderen abtyranisiert und sie traut sich der Leiterin aber nicht sagen, weil sie die Einzige ist in der Struktur. Und eben der Token, wo selbst wenn die Leitung dann sagt, wenn dir irgendjemand diskriminierend gegenüber tritt, sage es mir, dass eine Worthülse bleibt. Es gibt keine Sicherheit in einem Team, das dieses Thema nicht bearbeitet hat, als Team. Das heißt, das wäre ein gutes Ende des Gesprächs. Also die klare Empfehlung, Selbstverantwortung zu übernehmen, in Organisationen sich zu eröffnen, aber gleichzeitig einen Prozess der Transformation in den Organisationen herbeiführen, das könnte ein wirksamer Prozess sein, der Veränderung. Ansonsten würdest du glauben, dass das an der Oberfläche bleibt. Es bleibt an der Oberfläche und ist zutiefst auszehrend für die Einzelpersonen, die sich in diese Strukturen hineinbegeben. Ja, dann danke vielmals, Esther Maria, dass du da warst. Das war ein total spannendes Gespräch und ich hoffe, es geht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen genauso. Es halt mit und verändert uns ein wenig in die Richtung, sich selbst da zu orientieren und den Rassismus abzubauen. Danke vielmals. Danke für die Einladung. Danke. 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 Danke.